Für die Gegnern aus mindestens 15 Meter Entfernung Schaden zu, insgesamt müsst ihr 750 Schaden verursachen, setzt euch am besten die Markierung, damit ihr sicher seid, dass der Gegner 15 Meter mindestens entfernt ist. Für die Aufgabe könnt ihr an Gegnern Schaden verursachen, an Waffen und sogar an NPC-Bossen, also die Highcard-Bossen.